Sammlungen und Untersammlungen sind nicht die einzigen Hilfsmittel, mit der Sie Ihre Literatur sortieren können. Wenn Sie einen bestimmten Titel suchen, können Sie außerdem die Suchfunktion in Sotero benutzen. Beachten Sie hierbei, dass Sotero immer die Sammlung durchsucht, in der Sie sich gerade befinden. Sollten Sie also Ihre gesamte Bibliothek durchsuchen wollen, dann klicken Sie vor Beginn der Suche auf Meine Bibliothek. In diesem Suchfeld können Sie nach bibliografischen Daten suchen, also zum Beispiel nach einem Wort aus einem Titel oder nach dem Namen eines Autoren. Dann werden Ihnen alle Titel angezeigt, die dieses Wort beinhalten. Zum Beispiel den Autor Stock. Außerdem können Sie in Sotero Text vergeben. Diese können Sie nutzen wie Schlagworte, um einen Titel einem bestimmten Thema zuzuordnen. Diese Schlagworte werden häufig beim Importieren der Literatur automatisch aus dem Katalog oder einer Datenbank mit übernommen. Falls Sie dies nicht wollen, können Sie in den Sotero Einstellungen das automatische Importieren von Tags ausschalten. Außerdem können Tags auch verwendet werden, um einem Titel einen bestimmten Arbeitsschritt zuzuordnen. Zum Beispiel, diesen Titel möchte ich noch lesen oder dieses Buch möchte ich zitieren. Ein Tag hinzufügen können Sie, wenn Sie auf den Titel klicken, ganz rechts unter Tag. Außerdem werden Ihnen alle vorhandenen Tags links unten in einer sogenannten Tag-Wolke angezeigt. Wenn Sie einen bestimmten Tag auswählen, werden Ihnen nur noch die Titel angezeigt, bei denen dieser Tag verwendet wurde. Außerdem können Sie für die Übersichtlichkeit einem bestimmten Tag auch eine Farbe zuordnen. Klicken Sie hierfür einfach per Rechtsklick auf den besagten Tag und wählen Farbe zuweisen. Nun können Sie eine Farbe auswählen, die Sie dem Tag zuordnen wollen und außerdem wird dem Tag automatisch eine Position vergeben, die als Shortcut verwendet werden kann. Sagen Sie nun einfach Farbe zuweisen und schon werden die Titel farbig markiert, die diesen Tag besitzen. Außerdem können Sie den Tag nun per Shortcut schneller vergeben. Klicken Sie einfach auf den Titel, dem Sie den Tag vergeben möchten und benutzen Sie den Shortcut, in diesem Fall die Zahl 1. Auf dieselbe Art und Weise können Sie den Tag nun mehreren Titeln gleichzeitig vergeben. Wählen Sie einfach mehrere Titel aus und benutzen den Shortcut, um den Tag zu vergeben und auch um ihn wieder zu entfernen. Auf diese Art und Weise können Sie Tags verwenden, um schnell einen Überblick darüber zu haben, welchem Thema oder welchem Arbeitsschritt Literatur zugeordnet ist. Außerdem können Sie Titel auch einander zuordnen, beziehungsweise einander zugehörig machen. Zum Beispiel haben wir hier das Kapitel Schreiben einer Abschlussarbeit. Dieses Kapitel gehört dem Buch an MINT-Fächer erfolgreich studieren. Wenn Sie den Titel auswählen, können Sie rechts angeben, welchem Buch das Kapitel zugehörig ist. Klicken Sie einfach auf zugehörig und dann auf hinzufügen. Nun können Sie in Ihrer Sammlung das Buch MINT-Fächer erfolgreich studieren auswählen. Schon wird Ihnen die Verknüpfung zwischen diesen zwei Titeln hier angezeigt. Desto größer Ihre Bibliothek in Sotero wird, desto unübersichtlicher kann sie werden. Daher ist es sinnvoll, sich früh ein System zu überlegen, durch Sammlungen und Untersammlungen und durch Tags und Zugehörigkeiten Ihre Literatur gut zu sortieren und wieder auffindbar zu machen. Verknüpfung. 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 Verknüpfung.